Edkimo ist die Feedback-App für den Unterricht. Edkimo bietet eine Möglichkeit, dass sich Lehrer direkt Rückmeldungen von ihren Schülern, von ihrer Klasse zum Unterricht einholen. Vollkommen anonym und eben schnell, anders als ein Papier-Fragebögen, wird Edkimo. Edkimo-Fragebögen werden online beantwortet, sofort abgeschickt. Es gibt sofort ein Ergebnis als Text, als Grafik. Man kann sofort drüber sprechen und so erleichtert Edkimo die Kommunikation zwischen Lehrenden und Lernenden. Man muss sie online beantworten, die Fragebögen. Ansonsten, wo ich das tue, ist egal. Ich kann es in der Schule selbst machen, im Computerraum. Oder ich sage, meine Schülerin macht es zu Hause, holt eure Endgeräte raus und beantwortet den Fragebogen. Und ganz wichtig ist uns auch der Aspekt des Datenschutzes. Also Edkimo, alle Daten sind auf einem deutschen Server gespeichert, nach den Richtlinien des deutschen Datenschutzes. Daten von Schülerinnen und Schülern werden gar nicht erhoben bei den Befragungen. Und auch die Lehrerdaten, da sind wir äußerst sparsam. Also nur das, was unbedingt notwendig ist, um die App anzuwenden. Wir haben mit dem Gamification Lab unter der Leitung von Professor Matthias Fuchs hatten wir schon vorher Gespräche. Im Sommer 2014 haben wir Edkimo bei einem Pitch vorgestellt und haben auch gewonnen sozusagen. Wir haben eine Förderung durch den Leuphana Business Accelerator bekommen, sind sehr glücklich darüber, denn das war ein super Startschuss für unser Unternehmen.